So, ja, Hallöchen Leute, da bin ich wieder mit dem nächsten Let's Play World of Tanks. Ja, ist schon eine Weile her, dass eins kam und wenn ich eine Weile sage, dann meine ich eine sehr große Weile. Aber, ja, ich hatte jetzt mal wieder Lust auf eins und, ja, wenn ihr zuschaut, dann freue ich mich, dass ihr zuschaut. Wieder, gut, erstmal schauen, ja, vom Matchmaking her passt das. Also, für mich, sowas wie T37 hier, äh, raus, nein, lange nicht mehr gespielt, ich weiß nicht, mal steuern nicht mehr hier. So, die hier unten werden sich natürlich ärgern, aber, mein Gott, was soll's. Da bin ich auch oft genug da unten, hab heute schon ein paar Gefechte gefahren und, ja, mit Tier 5 angefangen, natürlich ganz oben Tier 7. Auf Tier 7 umgeschwenkt, ganz oben Tier 9. Erst auf Tier 10 kann da nur noch Tier 10 über einem stehen. Das ist gut, ja, dann. Gut, ähm, gut, die Schlangenschüsse ein. Der Löwe ist natürlich extrem langsam. Also, wenn's so ein 10, dann haben wir ein Problem. Haben's aber nicht, jetzt erst. Gut. So, hier, 110, den krieg ich, hups, da ist es zum Glück abgeprallt. Fahre ich mal oben rum, das wird mehr bringen. So, ich hab auch, ähm, vorhin einstellen, das war bis jetzt, glaub ich, immer aus, halt so, äh, Bewegungsunschärfe. Dass, wenn man sie bewegt, dass es unscharf ist, an, also hab ich jetzt an, davor aus. Was verwöhnt ist, wenn man auf die Seite vom Panzer draufschaut, ist der auch unscharf. Irgendwie ist das noch leicht buggy. Und hinten geht's, vorne auch. So ist unscharf, keine Ahnung warum. Gut, und, ja, heute ist mal die Langsamkeit von dem Ding ausnahmweise auch keine große Schwäche, weil, eh, nicht viel passiert. Äh, Isu, was, was soll das, ne? Warum ist denn der Isu? Und warum ist hier eigentlich kein anderer? Außer der KV-85. Hier echt mal Hilfe gebrauchen. Wirkungstreffer. Äh, ja, ich glaub, das war's. Das muss wehtun. Das muss wehtun, klar, natürlich muss das wehtun. Oha. Oh, die Kette auch noch. Danke. Ich weiß halt nicht, wo das Ding sein Munitionslager hat, sonst würde ich versuchen, das zu treffen, aber... Jetzt kommt wieder was von hinten. Na, ja, 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 ja. Oh, abrallt, schön. Komm, rammeln. Gegner, rasches Fahrzeug ausgeschaltet. Äh, 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 äh. Liebe Isu, ganz liebe Isu, daneben. Komm, lad nach. Doch. Äh, hilfe. Steht da hinten. Ähm, 41 Bulldog, der ist auch neuer. Der ist aber ganz mies. Ich werde jetzt hier ganz sicher nicht hochfahren, dass das Ding nicht erwischt. Das wird schon zerlegt. Oh, ho, ho, ho. Vom M41 und hier war irgendwo noch ein Waffelträger. Der ist auch gefährlich. So, hat die auch, auch läuft doch ganz gut eigentlich bis jetzt. Da hatte ich aber mega Glück, dass da ein paar Schüsse abgeprallt sind. Und beim, was war das, äh, T-34-3 habe ich höchstwahrscheinlich auch das Munitionslager getroffen und beschädigt. Deswegen hat er so langsam geschossen. Weiter vor sollte ich jetzt aber nicht. Frag mich aber, wo die hin sind. Ah, Nummer 1 und Nummer 2. Wo ist, äh, wo ist er? Da. Gut, er raunet das Ganze ein bisschen. Ich könnte versuchen, über den Hügel zu fahren und dann von oben, äh, dem Rheinmetall eine zu setzen und die ISO wegzurannen, weil das Gewicht hätte ich. Oh, das war die Art hier. Was, was haben wir? GW Panther haben wir noch. Aua. Unfahrer. Äh, Jagdpanther, was soll das? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin Jagdpanther, ich brauche mal ganz dringend Hilfe hier. Äh, und mein Fahrer ist... Oh, 4. Ein Medipack reingehauen und jetzt hoffen, dass, äh, gut, der Hundertsee kriegt mich nicht. Alter, das war jetzt... Glück und Pech hatte ich in diesem Spiel. Also die drei Leben da übrig zu lassen, das hat... Ach, die Gegner haben ja einen GW Panther, ich schaue immer auf die falsche Seite. Wir haben eine S51 als Artie. Äh, Ping? Äh, mein lieber Ping, was machst du? Nee, 25 mit vollem Leben ist gar nicht gesund. Vor allem nicht so wenig, äh, mit so wenig Leben, wie ich grad hab. Oh, da, äh, Ping, hallo, hallo. Irgendwer macht bei mir grad was mit. Ich würde es wissen, glaube ich. Gut, und hier jetzt, den krieg ich auch rein. Solange haben wir ihn nicht anvisiert, kann ich hier auch spielen bleiben. Der ging voll durch Ihre Panzerung. So, der ist auch gleich Geschichte. Sehr schön, sehr schön. Das Gefecht war schön, gut. Hatte grad ein paar Scheiß-Gefechte, jetzt läuft's wieder gut. Kommt, dass ich auch nehme, ist schön. Und, eieieieie, was gibt's nicht alle Schläger? Äh, das sind so viele Sachen, die kenne ich noch gar nicht. Vielleicht, ich kenne sie schon, hab's ja schon gesehen. Aber, sie sind noch relativ neu für mich. Ich spiele nur sehr sporadisch, und ich spiele nur sehr sporadisch. Und ich spiele. Ah, schön, ist gut. Gut, 2015 gewinnt, ja, kommen wir auch. So, Team-Auswertung, zweiter nach dem Alter der Schaden rausgehauen. Und fünf Panzer kaputt gemacht, ja, das ist gut. Gut, wir haben elf Schüsse abgegeben, äh, damit 2774 Schaden gemacht, und, äh, ja, 817 Schaden durch Aufklärung ermöglicht, und dadurch im Endeffekt 50.500 erhalten. Das ist ein Löwe, ist ein Premium-Panzer. Das ist ein Ziel, ist ein Problem, also das ist ein Ziel, ist ein Ziel, ist ein Ziel, ist ein Historiotthon. Und als gibt's ein Ziel, ist ein Ziel.